Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Baobab, das afrikanische Superfood, das ihr Immunsystem stärkt, ihren Körper schützt und ihnen neue Energie gibt. Ob bei Verdauungsproblemen, Diabetes oder für die schnelle Regeneration nach dem Sport, Baobab ist ein echter Allrounder. Baobab ist nicht nur eine exotische Frucht, sondern ein echtes Kraftpaket für unseren Körper. Sie steckt voller Nährstoffe wie Vitamin C, Calcium, Magnesium, Eisen und Ballaststoffen. Diese einzigartige Kombination macht Baobab zu einem echten Gesundheitsbooster, der sowohl das Immunsystem stärkt als auch die Verdauung unterstützt. Baobab zeigt zudem durch seine besondere Nährstoffzusammensetzung positive Effekte bei einer Vielzahl von Erkrankungen und gesundheitlichen Beschwerden. Die präbiotischen Ballaststoffe in Baobab fördern das Wachstum gesunder Darmbakterien, was die Darmflora ins Gleichgewicht bringt. Dies kann besonders hilfreich bei Verdauungsproblemen wie Verstopfung, Durchfall oder einem Reizdarmsyndrom sein. Durch die Verbesserung der Verdauung wird auch die Nährstoffaufnahme optimiert, was wiederum das Immunsystem stärkt. Des Weiteren kann Baobab durch seinen niedrigen glykämischen Index dazu beitragen, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren. Studien haben gezeigt, dass Baobab die Aufnahme von Zucker im Darm verlangsamt, was zu einem sanfteren Anstieg des Blutzuckers nach dem Essen führt. Dies ist besonders für Menschen mit Typ 2 Diabetes von Bedeutung, die von einer verbesserten Blutzuckerkontrolle profitieren können. Baobab enthält eine Vielzahl von Antioxidantien, die freie Radikale neutralisieren und dadurch entzündliche Prozesse im Körper reduzieren. Chronische Entzündungen sind ein Auslöser vieler Krankheiten, darunter Arthritis, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Autoimmunerkrankungen. Auch für Sportler kann dies von Vorteil sein, da intensives Training häufig zu einer erhöhten Produktion freier Radikale führt. Die entzündungshemmenden Eigenschaften von Baobab können hier unterstützend wirken und zur Linderung der Symptome beitragen. Baobab wird auch traditionell zur Behandlung von Hauterkrankungen wie Ekzimen oder Psoriasis eingesetzt. Das reichhaltige Vitamin C in Baobab fördert die Collagenproduktion, was der Haut hilft, sich zu regenerieren und zu heilen. Der hohen Vitamin-C-Gehalt stärkt zudem das Immunsystem und kann dabei helfen, Erkältungen und andere Infektionen vorzubeugen. Vitamin C ist nicht nur für das Immunsystem essentiell, sondern auch für die Wundheilung und den Zellschutz. Für Menschen mit einem geschwächten Immunsystem, sei es durch Krankheit oder Stress, kann Baobab einen wertvollen Beitrag zur Stärkung der körpereigenen Abwehr leisten. Durch die Kombination aus Antioxidantien, Ballaststoffen und wichtigen Mineralien wie Kalium und Magnesium ist Baobab auch ein hervorragendes Herzschutzmittel. Kalium hilft, den Blutdruck zu regulieren, indem es den Natriumspiegel im Körper ausgleicht. Eine regelmäßige Einnahme von Baobab kann somit das Risiko für Bluthochdruck und damit verbundene Herz-Kreislauf-Erkrankungen verringern. Da Baobab eine natürliche Eisenquelle ist, kann es zudem Menschen mit Eisenmangel oder Anämie unterstützen. Besonders in Verbindung mit Vitamin C, das die Eisenaufnahme im Körper verbessert, ist Baobab eine effektive Hilfe zur Erhöhung des Eisenwerts im Blut. Das kann sich in gesteigerter Energie und einer verbesserten allgemeinen Gesundheit äußern, da Eisen für den Sauerstofftransport im Blut unerlässlich ist. Auch Sportler profitieren von Baobab, da es den Körper mit Elektrolyten wie Kalzium und Magnesium versorgt, die für die Muskelregeneration und die Verringerung von Muskelkrämpfen entscheidend sind. Zudem können die hohen Mengen an Vitamin C die Erholung fördern und das Immunsystem stärken. Die allgemeine Empfehlung liegt bei etwa einem bis zwei Esslöffeln Baobab-Pulver täglich. Für Sportler kann eine etwas höhere Dosis sinnvoll sein, um die Regeneration nach dem Training zu fördern. Auf unserem Kanal finden Sie noch viele weitere spannende Informationen und Gesundheitstipps. Abonnieren Sie uns und aktivieren Sie die kleine Glocke. Teilen Sie auch gerne Ihre Erfahrungen und Fragen unten in den Kommentaren. Wir freuen uns über Ihr Feedback und ein Like von Ihnen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Durch und Durch gesund!